Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, Erfinder, Vordenker und Visionär, hat jetzt eine weitere Vision gefunden und ihr Potenzial erkannt, nämlich Bitcoin. Elon Musk ist in Bitcoin eingestiegen. Wie auch du in Bitcoin einsteigen kannst, was zu beachten ist, was die Chancen und Risiken sind, das erkläre ich dir heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich & Partner Vermögenssicherung. Ich habe schon einige Videos zu Bitcoin gemacht, die auch guten Anklang gefunden haben und wofür ich großes Lob bekommen habe, was mich sehr freut und ehrt. Schaut euch die Videos gerne auch an, die findet ihr alle natürlich hier auf meinem Kanal. Es gibt viele kritische Stimmen zu Bitcoin. Zumeist haben diese kritischen Stimmen aber Bitcoin nicht wirklich verstanden. Und meine Intention ist es hier im Kanal, die Komplexität nicht nur des Geldsystems und der Finanzen und der Wirtschaft, sondern auch vor allem von Bitcoin herunterzubrechen, eine verständliche Sprache. Und ich bin unendlich dankbar und demütig dafür, dass viele meinem Rat tatsächlich gefolgt sind, dass sie Vertrauen in mich haben und Bitcoin gekauft haben, damals zu Kursen von 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro. Denn derjenige, der Bitcoin versteht, der kann nicht mehr dagegen sein und der investiert auch. Und es ist eine häufige Frage, die mich natürlich erreicht über Twitter, aber auch unter den Kommentaren hier bei YouTube. Natürlich, wie kann ich denn in Bitcoin investieren? Wie funktioniert das? Was ist ratsam? Und da gibt es natürlich viele Sachen, die man beachten muss. Und da möchte ich euch heute die wichtigsten Eckpunkte nennen, was zu beachten ist, wo man kaufen kann, wie man kaufen kann und welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, um an Bitcoin zu partizipieren. Und da ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt die bequeme, einfache Lösung und es gibt die etwas schwierigere Lösung, aber die Entscheidung triffst im Endeffekt du. Jeder kann heutzutage in Bitcoin investieren, direkt oder indirekt. Diejenigen, die jetzt sagen, ach Bitcoin ist doch schon viel zu teuer und schaut meine Videos an. Ich habe aktualisierte Preisprognosen gegeben. Meine erste Preisprognose, sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum, wurde schon in der ersten Woche diesen Jahres erreicht. Und aus diesem Grund habe ich da ein Update reingelegt. Und wir sind erst ganz am Anfang dieser Entwicklung. Das nächste Geldsystem wird digital sein und Bitcoin wird definitiv eine Rolle spielen. Und wenn ihr skeptisch seid, dann schaut euch bitte das Video an, das ich mit Michael Saylor, dem CEO von MicroStrategy, geführt habe. Danach habe sogar ich wieder Bitcoin gekauft, weil das war so euphorisch und so leidenschaftlich vorgetragen und mit so vielen fundierten Argumenten, da kann man nur Bitcoin kaufen. Wenn wir schon bei MicroStrategy sind und bei Michael Saylor, dann erstmal hier die große News, die uns letzte Woche erreicht hat, MicroStrategy hat weitere 295 Bitcoin gekauft für insgesamt 10 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 33.808 Dollar. Und damit besitzt jetzt MicroStrategy über 71.000 Bitcoin. Aber das ist nicht alles. Michael Saylor hat dermaßen eine Leidenschaft für Bitcoin entwickelt, dass er dem Vermögenstransfer mit einem Wissenstransfer entgegenkommen möchte. Und zwar findet seit gestern das Event statt, Bitcoin for Corporations. Da haben sich 1.400 Unternehmen angemeldet, da kommen die CEOs und die Vorstände für Finanzen und so weiter, um sich zu informieren, wie Unternehmen von groß bis klein in Bitcoin investieren können. Kleiner Hinweis, wenn du Unternehmer bist, du kannst mit deinem Firmenvermögen auch Bitcoin kaufen, das ist überhaupt gar kein Problem. Also nicht nur als Privatperson, sondern auch als Unternehmen. Um die Kaufkraft, um das Vermögen, um das Unternehmensvermögen zu schützen. Das hat ja Michael Saylor im Video, in den Interviews mit mir immer und immer wieder gesagt. Darum geht es im Endeffekt. Die Inflation, die jetzt kommt, zu schlagen und die Kaufkraft zu schützen. Und nach wie vor, die Notenbanken drucken Geld, als ob es kein Morgen gibt. Die EZB-Bilanz hat jetzt wieder ein neues Rekordniveau erreicht. 70,5% des BIP der Eurozone, über 7 Billionen Euro aktuell. Tendenz natürlich stark steigend. Und mit der Politik und mit den Aussichten und mit den nächsten 3, 4, 5 Lockdowns ist klar, wohin die Reise geht. Man wird pumpen, 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 Geld raushauen, als ob es kein Morgen gibt, für die wir dann alle zahlen müssen. Michael Saylor möchte mit diesem Event andere Vorstände gewinnen, dass sie auch in Bitcoin investieren. Und davor muss man aber natürlich den Keim setzen, was ich ja auch hier mache. Das Wissen in die Welt rausgeben. Was ist Bitcoin? Wie funktioniert es? Den Menschen, die Angst nehmen, weil die meisten haben da das Narrativ, Bitcoin ist böse, wird nur für den Darknet verwendet, für Steuerhinterziehung, es nehmen nur Kriminelle. Nein, das ist Propaganda, um euch von Bitcoin fernzuhalten, um ihn euch matig zu machen, damit ihr keine finanzielle Freiheit erreichen dürft. Schaut auch gerne nochmal das Video hier, Bitcoin im Kreuzfeuer an. Da habe ich viele Argumente nochmal auseinandergenommen und widerlegen können. Und da würde ich natürlich auch weiterhin dran arbeiten, damit die Menschen merken, Bitcoin ist nicht böse. Nein, Bitcoin ist gut, bedeutet Freiheit. Und darum geht es auch bei Bitcoin im Generellen. Es geht um die finanzielle Freiheit. Sei deine eigene Bank. Wir brauchen keinen Mittelzimmer mehr. Und bei diesem Event, ich habe da gestern mal reingeschaut, das findet heute auch noch statt, geht es wirklich darum, wie kann man kaufen, wie kann man das lagern, wie kann man das alles organisieren. Es sind spannende Themen natürlich für Unternehmen, die ihre Kaufkraft jetzt schützen wollen. Da muss man sagen, ein großes Dankeschön an Michael Zeller, dass er die Massenadaption von Bitcoin auf eigene Kosten so vorantreibt und der Menschheit wirklich da einen Mehrwert liefert. Aber große News letzte Woche war tatsächlich Elon Musk. Und er hat nichts anderes getan, wie unter seinem Twitter-Konto in seinem Profil Hashtag Bitcoin einzufügen, was man hier schön sieht. Und dann ist die Welt komplett ausgetickt. Und er hat auch dann einen Tweet geschrieben, nämlich im Rückspiegel, in der Retrospektive war es eigentlich unvermeidbar. Und was er damit sagen wollte, war nichts anderes, als dass es unvermeidbar war, in Bitcoin zu investieren. Ich habe dann gleich ein paar lustige Memes daraus gebastelt. Hier einmal mit dem größten Kritiker von Bitcoin, nämlich Nouriel Roubini, habe ich dann das gemacht. Und natürlich auch bei Peter Schiff, dem großen Goldbug, habe ich das auch dann gleich abgeändert und gleich auf Twitter gestellt. Im Übrigen, bitte folgt mir auf Twitter, würde mich freuen, at markfriedrich7, aber natürlich auch hier auf dem Kanal. Bitte Abo da lassen, damit ihr immer zeitnah aktuell informiert. Sobald ein Video online geht, würde mich sehr freuen. Empfehle den Kanal bitte auch weiter, die an diejenigen, die vielleicht Zweifel an Bitcoin haben oder die wissen wollen, wie Bitcoin funktioniert und wie sie einsteigen können. Eine weitere gute Nachricht letzte Woche aus dem Bitcoin-Universum war, dass der weltgrößte Kreditkartenanbieter Visa sich positiv zu Bitcoin geäußert hat. Al Kelly, der CEO, der Vorstand, hat bei der Überbringung der Geschäftszahlen ganz klar sich für Bitcoin positioniert, hat verkündet, dass man bei Visa die Massenadaption vorantreiben wird und dass Bitcoin auch ein Teil des Visa-Universums werden wird. Er bezeichnete Kryptowährungen und vor allem Bitcoin als digitales Gold, dessen zunehmende Bedeutung man nicht mehr von der Hand weisen kann. Eine ganz klare Feststellung. O-Ton war, es gibt ein wachsendes Interesse an digitalen Währungen. In diesem Bereich sehen wir Wege, wie wir dem Ökosystem einen differenzierten Wert hinzufügen können. Und wir glauben, dass wir durch unsere globale Präsenz, unseren partnerschaftlichen Ansatz und unsere vertrauenswürdige Marke einzigartig positioniert sind, um dazu beizutragen, dass Kryptowährungen sicherer, nützlicher und anwendbarer für Zahlungen werden. Bäm! Das heißt, man wird da von Visa in Zukunft was sehen. Aber er hat noch weiteres gesagt, nämlich, Unsere Strategie ist es, mit Wallets und Börsen zusammenzuarbeiten, um es den Nutzern zu ermöglichen, diese Währungen mit ihren Visa-Anmeldeinformationen zu kaufen oder auf die Visa-Anmeldeinformationen auszuzahlen, um einen Kauf mit Fiat-Geld bei einem der 70 Millionen Händler weltweit zu tätigen, bei denen Visa akzeptiert wird. Leute, wenn Visa neben Paypal und dann wahrscheinlich auch irgendwann Mastercard und American Express Bitcoin akzeptiert oder Kryptowährungen akzeptiert und dann auch sozusagen aushändigt oder man umtauschen kann, das ist für die Massenadoption essentiell. Und auch das ist unvermeidbar. Wie es Elon Musk gesagt hat, in der Retrospektive wird das alles unvermeidbar sein. Aber hier im Kanal seid ihr schon vorab informiert. Bei mir geht es hier um Vorsprung, um Autarkie. Wir sind zwei, drei Schritte weiter wie der Rest vom Fest. Als wir über Bitcoin geredet haben, da haben die draußen auch alle geschlafen. Genauso über Minen, Gold, Silber und so weiter. Deswegen bestellt unseren kostenlosen Newsletter hier unter friedrich-partner.de. Wir haben über Bitcoin geschrieben vor dem großen Rand nach oben, bevor der Preis explodiert ist. Es gab natürlich auch eine schlechte Nachricht, neben den Kritikern oder irgendwelchen komischen Newslettern, die keine Ahnung haben oder natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, Bitcoin ist böse oder hat keinen Wert und was weiß ich. Gab es natürlich auch die Nachricht, wo viele erschreckt hat, Oh, in Indien wird Bitcoin verboten. Mark, hast du das schon gelesen? Gab es auf Twitter hunderte von Tweets und Anfragen und Messages und so weiter. Also nochmal, noch ist gar nichts verboten in Indien. Es gibt insgesamt schon sieben Länder, wo Bitcoin verboten ist. Pakistan und Mongolei und so weiter. Aber Indien hat es nur einen Gesetzesentwurf verfasst, in dem man darüber spricht, dass die Nationale Notenbank eine eigene Währung, eine eigene Kryptowährung rausbringt und dann natürlich alle anderen Kryptowährungen verboten werden sollen. Im Übrigen, das ist genau das, was ich in diesem Video hier, Bitcoin im Kreuzfeuer, prognostiziert habe. Dass die Notenbanken ihr eigenes digitales Geld rausbringen wollen und natürlich keine Konkurrenz möchten. Weil es gibt das Graham'sche Gesetz. Und er sagt, das bessere Geld wird sich immer durchsetzen. Und warum ist Bitcoin so hoch bewertet? Warum muss man so viel Papiergeld hinlegen für Bitcoin? Weil anscheinend immer mehr Menschen denken, es ist das bessere Geld. Und sich dafür entscheiden. Und natürlich haben die Staaten ein großes Eigeninteresse, das Privileg der Geldschöpfung zu behalten. Geld zu kreieren, um es dann rauszugeben. Und Bitcoin ist natürlich eine Gefahr. Das heißt, Indien erkennt diese Gefahr und möchte dem vorbeugen. Deswegen, wenn das Gesetz kommt, würde es nicht das Ende von Bitcoin sein. Ganz im Gegenteil. Bitcoin wird trotzdem noch da sein und wird umso wichtiger, weil es natürlich aufzeigt, dass Bitcoin das Wertvollere, das bessere Geld oder der bessere Store of Value ist, der bessere Wertspeicher ist. Weil wenn Staaten oder Notenbanken Geld produzieren, endet es immer im Fiasko, es wird immer weniger Wert. Die Inflationierung nimmt euch die Kaufkraft, klaut euch euer Vermögen, eure Rente und da geht es im Endeffekt drum rum. Wenn die Notenbanken ihr digitales Geldsystem implementieren, egal ob die EZB, die FED oder die indische Notenbank, ist es nichts anderes, wie ihr jetzt schon schlechtes Geldsystem nur online digital zu erstellen. Das sind praktisch dann Shitcoins. Shitcoins sind eigentlich Währungen, die nichts wert sind. Es gibt 10.000 Kryptowährungen, davon sind 99% wirklich Shitcoins. Also die kannst du in die Tonne kicken. Selbst ist die Frau, selbst ist der Mann. Ihr müsst Bitcoin selber besitzen. Das Motto von Bitcoin ist Be your own bank. Das heißt, man möchte den Mittelmann rausnehmen, möchte die Bank als Zwischenhändler rausnehmen. Ihr seid die eigene Bank. Und es geht natürlich einher mit Chancen und Risiken. Ihr seid dann auch für eure eigene Sicherheit zuständig. Da gibt es dann keine Bank, die dann das Geld von euch irgendwie tief im Keller und im Tresor einschließt, sondern ihr müsst euch dann drum kümmern. Da heißt es dann Not your keys, not your Bitcoin. Also wenn du die Schlüssel hast, dann ist es auch nicht dein Bitcoin. Aber fangen wir vorne an. Es gibt Möglichkeiten über Börsen und Marktplätze, Bitcoin zu kaufen. Welche seriös sind, welche gut sind, welche empfehlenswert sind, die habe ich unten verlinkt. Da gibt es Bitcoin.de, da gibt es Bitwalla. Mit dem Gründer von Bitcoin.de, mit Oliver Flaskamper, habe ich ein sehr langes Interview geführt. Das könnt ihr gerne hier anschauen. Sehr aufschlussreich, sehr interessant, sehr spannend, wie ich finde. Vorteil ist natürlich, ich kann dort direkt kaufen. Ich kann Geld umtauschen gegen Bitcoin. Da kann man auch andere Währungen kaufen. Ethereum zum Beispiel, die zweitwichtigste, zweitgrößte Kryptowährung. Nachteil ist immer, man muss sich registrieren, muss einen KYC-Prozess durchlaufen, also Know Your Customer, das heißt, einen Identifizierungsprozess wie Postident ungefähr, um dann auch dort kaufen zu können. Da geht es einfach um Geldwäsche-Richtlinien. Dann gibt es Apps. Es gibt die App von der Stuttgarter Börse, Bison heißt die zum Beispiel, aber natürlich auch Relay aus der Schweiz, wo man einfach und bequem, einfach per Knopfdruck dann kaufen kann. Großer Nachteil bei allem ist natürlich, man hat immer ein Drittparteienrisiko, ein Kontrahentenrisiko, weil die Bitcoin, die liegen dann nicht in deiner Hand, sondern die liegen dann bei der Börse Stuttgart zum Beispiel oder bei dem Anbieter, bei Bitwalla oder Bitcoin.de. Und wenn du ganz anonym kaufen möchtest, ohne dass du dir irgendwie deine Personalien hinterlegst und so weiter, gibt es auch noch Möglichkeiten. Das kann man dann Peer-to-Peer machen, von Freunden und Bekannten oder über Bitcoin-Automaten. Aber auch da muss man immer mehr seinen Ausweis zeigen. Apropos andere Währungen noch, Shitcoins und so weiter, Elon Musk hat jetzt auch die letzten Tage dodged. Das ist ein ganz kleiner Coin, der wenige Cent kostet, immer wieder erwähnt auf Twitter und danach ist der Kurs nach oben gesprungen. Das ist wirklich hoch spekulativ. Also da Finger weg. Aber auch wenn man da Coins kaufen möchte, sollte einem bewusst sein, das ist ein Pump-and-Dump-System, das ist sehr volatil. Es gibt auch Börsen, wo man das machen kann. Da kann ich unten auch eine dann verlinken. Aber das ist wirklich nur Spielgeld. Da sollte man nicht irgendwie große Summen investieren. Die Lagerung ist wichtig. Wenn ich die Bitcoin- und die Kryptowährungen auf den Marktplätzen oder auf der App oder auf den Börsen liegen lasse, bin ich natürlich angreifbar durch Hacks zum Beispiel. Da sind die Coins teilweise weg. Da gab es einen berühmten Hack vor einigen Jahren, Mount Gox. Da waren viele hunderte Milliarden dann im Endeffekt eigentlich verschwunden. Und ja, das Dilemma war groß. Bei Bitcoin.de hatten wir ja im Interview mit Oliver Flaskämmer geklärt, dass nur 2% wirklich online sind. Der Rest ist abgesichert auf einer Hardware-Wallet. Und denkt daran, die sichere Lagerung ist essentiell. Die finanzielle Freiheit und die Autarkie ist nicht einfach per App und Knopfdruck zu haben. Da muss man was machen. Be your own Bank. Not your keys, not your Bitcoin. Dann müsst ihr eine Hardware-Wallet zum Beispiel kaufen und dann die Codes da rüberziehen. Hot Wallet heißt, eine heiße Brieftasche sozusagen auf Deutsch übersetzt. Das ist alles, was online ist, was eingreifbar ist für Hacks. Cold Wallet heißt, man zieht die Bitcoins oder vielmehr den Zugang zu den Bitcoins runter und ist nicht mehr mit dem Internet verbunden. Da gibt es die sogenannten Hardware-Wallets. Da gibt es verschiedene Anbieter. Die, die wir empfehlen, die sind unten. Das ist die von Bitbox aus der Schweiz. Ledger ist gut, aber man darf nicht vergessen, Ledger hatte einen Hack. Da wurden jetzt keine Bitcoin geklaut, aber die Adressen von Kunden, die bestellt hatten. Und das ist natürlich auch unangenehm, weil man möchte natürlich nicht wissen, wer wo was besitzt und wo man wohnt und wie die Telefonnummer ist oder die E-Mail-Adresse. Der Vorteil bei einer Hardware-Wallet ist natürlich ganz klar, man ist autark, man hat die komplette Kontrolle, man hat kein Drittparteienrisiko, man kann nicht gehackt werden. Der Nachteil ist, wenn man den Zugang zu dieser Hardware-Wallet verliert, dann sind die Bitcoin weg. Man schätzt momentan, dass ungefähr 3 bis 4 Millionen Bitcoin jetzt schon verloren sind. Warum? Weil diejenigen, die sie hatten, haben die Passwörter vergessen, haben einfach den Zugang verloren oder sind sogar gestorben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wissen eure Nachfahren, eure Kinder, eure Enkelkinder, die Frau, der Mann, wie sie an die Bitcoin drankommt, die ihr habt? Ganz, ganz wichtig. Darüber haben sich kaum jemand Gedanken gemacht. Übrigens, ich schreibe ja auch ein weiteres Buch zu Bitcoin, das kommt auch noch dieses Jahr raus. Darüber werde ich natürlich dann auch sprechen. Wie kann man Bitcoin wirklich sicher verwahren? Wie kann man sie kaufen? Und natürlich auch, was sollte man beachten bei dem Vererben im Testament? Das ist die erste Möglichkeit praktisch, Bitcoin direkt zu kaufen, was ich absolut empfehle. Die zweite Möglichkeit ist, indirekt in Bitcoin zu investieren, über Papierprodukte, sogenannte ETNs, Exchange Traded Notes. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ETNs oder auch Zertifikate. Da haben wir ein ETN zum Beispiel von FANEC, einem der größten Anbieter für ETFs in dem Bereich. Allerdings ist der ETN von FANEC relativ teuer, mit zwei Prozent pro Jahr. Und ganz großer Nachteil, ETNs sind im Gegensatz zu den bekannten ETFs kein Sondervermögen. Das bedeutet, wenn der Anbieter pleite geht, ist eure Kohle futsch. Vorteil natürlich, es ist bequem. Man kauft sich das Know-how ein und kann das bei jeder Depotbank, bei Onlinebrokern oder auch bei der Spaßkasse ganz einfach ins Depot legen. Dann gibt es noch ein Zertifikat von Vontobel oder auch von 21 Shares Bitcoin. Das ist ein Zertifikat. Das kostet nur 1,49 Prozent. Mit solchen Papierprodukten wird aber natürlich die finanzielle Freiheit, die ja Bitcoin propagiert, ad absurdum geführt. Weil wieder ist man im System drin und gibt sogar der Branche das Geld, gegen die eigentlich Bitcoin ansteckert. Dahingehend, wie gesagt, Bitcoin und die finanzielle Freiheit kommt nicht bequem per Knopfdruck. Da muss man sich halt ein bisschen reindenken. Die dritte Möglichkeit ist dann über Aktien zum Beispiel. Die Aktie von MicroStrategy, die ich empfohlen habe vor einigen Wochen, ist jetzt sogar bei über 600 Euro. Wahnsinn, Wahnsinn. War eine tolle Empfehlung. Hatte ich auch hier bei der Welt empfohlen als einer der Ten-Bagger. Übrigens alle Aktien, die ich da empfohlen habe, sind massivst nach oben geschossen. Und da gibt es auch eine Webseite, da kann man gucken, welche Unternehmen investieren denn in Bitcoin. Hier sieht man, es gibt viele Unternehmen, die jetzt anfangen in Bitcoin zu investieren. Es gibt Aktien von Minern, die man kaufen kann. Aber ich glaube tatsächlich, MicroStrategy ist eigentlich das günstigste ETF, weil das kommt eigentlich mit 0% Kosten. Also wenn man ETF möchte, vielleicht doch eher in MicroStrategy Aktien investieren. Aber zu bevorzugen ist immer noch, und ich wiederhole mich hier, der direkte Erwerb, dass ihr die Bitcoin wirklich selber besitzt. Diese Art von Bitcoins, die indirekt zu erwerben, in Form von ETFs oder ETNs vielmehr, oder Zertifikaten oder Aktien, ist wohl eher für investitionelle Investoren, die regulatorischen Zwängen unterlegt sind, interessant. Für die Privatpersonen wohl eher nicht. Natürlich, die MicroStrategy Aktie hat sich versechsfacht, seit meiner Empfehlung, ist natürlich gigantisch. Wenn der Bitcoin Preis auf 50, 60, 100.000 Euro steigt, was ja meine Prognose ist, dann wird die MicroStrategy Aktie natürlich auch Richtung 1.000 Euro laufen. Dann die vierte Möglichkeit ist über Fonds. Ja, natürlich, es gibt unterschiedliche Fonds. Es gibt Fondsanbieter, Incrementum zum Beispiel, hat einen Gold-Kryptofonds gegründet. Aber natürlich auch den Fonds, den ich mit initiiert habe, und den ich auch berate, der Solid-Werte-Fonds, auch der hat natürlich Bitcoin drin. Nicht so viel, wie ich möchte, aber immerhin sind wir da bei knapp 10% mit MicroStrategy, die wir auch gekauft haben, damals günstig im Portfolio. Auch da werde ich die Information unten mal verlinken, kann sich jeder mal gerne anschauen. Da war mir immer wichtig, dass das Portfolio transparent aufgezeigt wird. Da könnt ihr über die PDF sehen, was wurde gekauft, was ist im Fonds drin. Und es ist ja Deutschlands erster, wirklich physisch hinterlegter Sachwertfonds. Und da ist Gold drin, da ist Silber drin, da ist Platin drin, da sind Min-Aktien drin, da ist ein Uran-Min natürlich drin, aber natürlich auch Bitcoin. Und dann gibt es auch einen kleinen Bonus, den man sich noch machen kann, da wurde ich auch oft gefragt, nämlich man kann mit seinem Bitcoin auch Geld verdienen, nämlich mit dem sogenannten Staking. Das heißt, man gibt einem Anbieter seine Bitcoin und bekommt dafür eine Verzinsung von 3, 4, 5, 6%. Die Frage, die man sich natürlich vorab stellen muss, warum sollte man seine Bitcoin denn verleihen? Weil 5, 6% macht Bitcoin teilweise an einem Tag, wenn nicht sogar mehr. Und zudem hat man natürlich immer die Gefahr, dass die Bitcoin dann weg sind, wenn der Anbieter unseriös ist. Oder wenn er dann mit seinem Bitcoin abhaut oder wenn er gehackt wird oder was auch immer. Also, wenn man das machen möchte, dann bitte nur mit ganz, ganz wenig und immer mit dem Bewusstsein, dass man das Geld verlieren kann, dass die Bitcoin verschwinden können durch einen Hack oder durch einen unseriösen Anbieter, der dann mit dem Bitcoin verschwindet. Deswegen, die beste Anlagemöglichkeit eigentlich bei Bitcoin ist es langfristig zu halten. Ich habe es ja immer wieder aufgezeigt, wenn man im Schnitt 4 Jahre Bitcoin hält, ist man, egal wenn man eingestiegen ist, selbst im Höchstpreis nach 4 Jahren immer im Plus. Das ist das Schöne an einem deflationären System wie Bitcoin. Weil die produzierten Bitcoin werden immer weniger, ist deflationär, während wir mit einem inflationären Geldsystem leben und die Kaufkraft jeden Tag weniger wird. Da gibt es Anbieter wie zum Beispiel BlockFi, da habe ich selber mal getestet und für gut befunden, hat funktioniert, aber ich würde da keine großen Summen investieren. Nichtsdestotrotz habe ich unten mal einen Link, weil die Frage oft kam, hey, hier, da gibt es einen Anbieter, da gibt es einen Anbieter und so. Das war für mich der seriöseste, aber wie gesagt, das ist Spielgeld. Man sollte lieber die Bitcoin einfach langfristig selber halten, wie der Bitcoiner so sagt, HODL. Zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, es gibt vier Möglichkeiten für euch, in Bitcoin zu investieren. Erstens direkt, dass ihr die Bitcoin selber besitzt. Zweitens über ein ETN oder über ein Zertifikat, das ist indirekt. Drittens über ein Unternehmen, über eine Unabnehmensbeteiligung, über eine Aktie, die Bitcoin im Portfolio hat, wie zum Beispiel MicroStrategy. Viertens über einen Fonds, wie der Wertefonds. Und fünftens natürlich, als Bonus habe ich euch mitgegeben, man kann seine Bitcoin für sich arbeiten lassen, indem man es einem Anbieter anbietet, der dann die Bitcoin verzinst in Bitcoin. Aber natürlich mit Risiko. Wenn ihr den Grundgedanken von Bitcoin verstanden habt, dann ist es wirklich eigentlich die einzige Art, in Bitcoin zu investieren, selber den Bitcoin zu kaufen und selbst zu besitzen. Die Hoheit darüber zu haben, den Zugriff drauf zu haben, das Zugriffsrecht. Be your own bank. Seid eine eigene Bank. Sei selbstverantwortlich. Das ist mit Arbeit verbunden. Man muss sich anmelden, man muss sich identifizieren, man muss diesen Prozess durchlaufen. Aber natürlich auch, man muss sich um die Lagerung kümmern. Wenn du Hilfe brauchst, das bieten wir auch an, in der Beratung natürlich, dann nehmen wir euch an die Hand. Wir werden dazu, wie gesagt, auch ein Buch schreiben. Das wird dann im Laufe des Jahres rauskommen, als eine Art Anleitung. Und natürlich immer wieder mal hier in den Videos reinschauen, als auch natürlich beim Newsletter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War das jetzt zu technisch? War das zu tief? War das interessant? Hat es euch was gebracht? Bitte gebt mir euer Feedback, damit ich weiß, in welche Richtung ich in Zukunft natürlich die Videos produziere. Soll ich euch erklären, wie man sich wo anmeldet? Sollen wir mal gemeinsam einen Ledger aufsetzen? Also gebt mir Feedback. Oder was habt ihr schon gemacht? Wie besitzt ihr Bitcoin? Habt ihr selber Bitcoin gekauft? Direkt über eine Börse, über einen Marktplatz? Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Welche Börsen findet ihr gut? Welche findet ihr schlecht? Mit welcher Hardware-Wallet arbeitet ihr zusammen? Habt ihr ETFs? Habt ihr Aktien? Seid ihr zufrieden mit meinen Empfehlungen? Bitte gebt mir auch da Feedback, damit wir natürlich immer und ständig weiterentwickeln. Wir wollen ja gemeinsam Erfolg haben und finanzielle Freiheit, finanzielle Intelligenz erreichen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben riesig freuen. Und über ein Abo natürlich. Das würde den Algorithmus auch unterstützen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, als auch wenn ihr das Video weiterempfehlen, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über Bitcoin erfahren und nicht irgendwie beeinflusst werden von Leuten, die keine Ahnung haben von Bitcoin, aber trotzdem drüber reden oder drüber herziehen. Das finde ich schade. Und da möchte ich die Brücken bauen, damit alle Menschen verstehen können, was für eine gigantische Chance Bitcoin für uns, für uns als Menschheit, aber auch für Investoren ist. Bleibt gesund, bleibt tapfer und mehr denn je und überzeugter denn je kann ich sagen, die Welt da draußen ist besser als wir glauben, vor allem wegen Bitcoin und auch in Zukunft wegen Bitcoin. Herzlichst, euer Marc.